Moin moin liebe Leute, da bin ich nochmal, weil man mich gefragt hat, wie man denn dieses Enderportal aktiviert. Ich bin jetzt hier in so einem Stronghold, bin immer noch etwas verschnupft oder was auch immer. Und wir haben dann dieses Gebilde hier. Man hat hier dieses Eye of the Ender, wenn man das wirft, dann fliegt es irgendwo in den Orbit und zeigt euch, wo lange ihr müsst, um den nächsten Stronghold zu finden. Jetzt ist das natürlich witzlos, denn wir sind in einem Stronghold. Aber wenn man 12, nicht 9, ich habe mich vertan. Wenn man, ja das war Twitter. Wenn man 12 dieser Augen hat, kann man diese hier mit einem Rechtsklick einsetzen. Ich mache das jetzt mal der Convenience halber im Flugmodus. Da wollte gerade ein Ding spawnen. Warte, ich mache mal auf Easy, damit ihr seht, was dann. Dann spawnen da diese komischen Silberfische. So, und da setzen wir jetzt überall die Augen ein und Bäm. Da haben wir dieses sehr... Es sieht auch interessant aus mit diesem Grau. So, ja und wenn wir da jetzt reingehen, dann kommen wir zum Ender, den ich gerade schon gezeigt habe. Beziehungsweise zu The End. Und ja. Hi. Du bist irgendwie nicht so creepy, wie du sein solltest. Dann können wir ganz viele Endermänner angucken. Und vermutlich im normalen Modus sterben. Auf dieser Welt. Was passiert, wenn ich das Auge hier, kann ich es gar nicht werfen. Interessant. Und das hier ist eigentlich nicht mehr so gelb statt grün. Ja, wieder was gelernt. So, folgt mir. Ich gehe voraus. Na. Okay, das war's. Und tschüss.